Hallo Leute, mein Name ist Oren Karakaya, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe zuletzt eine Linienpilotenausbildung in Salzburg abgeschlossen. Ich habe Harien Buldu über einen Kollegen kennengelernt, ein sehr guter Freund von mir aus Istanbul, der auch diese OP hatte. Der hat ihn mir sehr gut empfohlen. Also ich habe viel recherchiert in der Türkei und dann bin ich auf das Team von Live Life Tolla gestoßen. Ich habe den Arzt persönlich kennengelernt und meiner Meinung nach ist er der beste Arzt in der ganzen Türkei. Sein Team ist super, seine Krankenhäuser sind sehr sauber, wirklich auf Europaniveau. Und es ist 71, circa. 1,80 war immer schon mein Traum. Und ich werde dann höchstwahrscheinlich bis zu 9 cm verlängern. Dann habe ich meine Zielgröße erreicht, denke ich. Also, wenn ich meine Zuuferin – ich möchte, dass die Zufallin mit ihren Kieferin gelassen würde. Dann haben wir ja auch einen Kieferin gelassen, ja in der Kieferin gelassen. Dann kann ich ja auch einen Kieferin gelassen und kieferin. Untertitelung des ZDF, 2020